Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Und weiter geht es mit dem neuen DLC von Assassin's Creed Origins. Ich hoffe, ihr verfolgt schön die einzelnen Streams. Und ich habe mich ja entschlossen, pro Quest einen Stream diesmal zu machen und nicht quer rüber irgendwie. So, schauen wir doch mal, wo es weiter geht. Und jetzt, wir haben also hier der Mörderschatten. Und das wollen wir doch gleich mal erledigen, das passt gut zu unserer Stufe. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch Stufe 42 inzwischen. Na, jetzt kann ich mir überlegen, will ich jetzt hier mit meiner Verwesung weitermachen oder will ich ein absoluter Meisterkrieger werden. So, ich marschiere also los. Ich habe mir das markiert und es geht los. So quer rüber, da lohnt sich kein Pferd oder sowas. Was ist hier los? Was ist hier los? Ah ja, das ist der Tisch. Lesen wir uns das mal. Lasst euch dies eine Erinnerung sein, dass die kleinsten Sklaven im neuen Teil des Steinbruchs arbeiten sollten, die größere nicht betreten können. Ein neuer Abschnitt namens Setschatzgrotte wurde eröffnet, um die zuletzt gefundenen Minerale abzubauen. Wer nicht unter Klaustrophobie leidet, kann es sich selbst ansehen. Die entferntesten Ausläufer des Steinbruch-Tunnels sind von der Seeseite aus zugänglich. Oh, da fällt was runter. Seeseite, Seeseite, da rüber. Da, jetzt müssen wir da schon wieder überall durch. Warte, zum Schluss sind wir noch am Tod eines Arbeiters schuldig. Wenn aus Versehen rüber... Na, wo können wir denn... Jetzt schauen wir uns das mal auf der Map an. Drüben... Ah, müssen wir noch um die ganze Ecke rum. Also, zack, Bruder. Egal. Bisschen unwegsam hier. Ähm... Was ist da gemeint? Müssen wir doch in den Tunnel gleich rein? Was meint ihr? Ich glaube, wir müssen doch in den Tunnel runter. Also, wieder zurück hier zum Tunnel runter. Ne, das gibt's doch nicht. Aber dann müssen wir ja quer durchs Römerlager. Kann doch auch nicht sein. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da ist nichts. Hm? Noch tiefer. Den haben wir wenigstens gut erwischt. Aber... Ihr seht, äh... Es hilft uns nichts. Weil hier kommen wir nicht rein. Ne. Also, bitte nach oben. Das sieht auch nicht gut aus hier. Ha. Wo könnte dieser Eingang sonst noch sein? Ich denke... Na, sauber, Sorgi. Ha. Von der Seeseite. Was könnte denn meinen? Wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter. Ich weiß, ich stelle mich ein bisschen glück an. Ach, Menno. Ach. Ihre Tio Gif. So. Was auch immer er meint. Also. Also. Aha. Also. Das ganze Rumirren oben war ein Schmarrn. Oh. 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 Wai. Wai. Oh. 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 Da waren wir doch schon. Ich bin ja auch ein Idiot. Du musst der Mörderschatten sein, den Haganu besingt. Dies ist kein Ort für ein Kind. Ja, Neb. Siehst du die hungrigen Augen der Kinder hier? Alle von einem Sklavenhändler am Horusweg gekauft, wo er sein schmuckes Pferd reitet. Ich töte diesen Hund. Und ihr seht die Sonne wieder. Danke, Mörderschatten. Du wirst deinem guten Namen gerecht. Er befreit uns! Amun sei Dank! Das sind die zwei Schätze, die ich gesagt habe, dass ich sie noch aufhebe. Und ich hatte voll vergessen, wo das reingeht. Dachte ich es mir doch. Na, das finde ich nicht gut, dass das noch geändert wurde. Hm? Die sind einfach weg. Na? Du bist heute noch mal gut im Überhang klettern. So, jetzt schauen wir doch mal, wo der da sein... Ah, unten. Okay. Und da ist da gerade der Philakis auch noch unterwegs. Das ist natürlich nicht nett. Also müssen wir mal Risiko eingehen. Risiko! Schauen wir mal, dass ich das jetzt da näher kam. Nein, kam er nicht. So, wir müssen da hoch. Und er ist da oben. Ei, 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 ei. Und er ist da oben. Oh. Oh. Das Pferd ist hau ausgeputzt. Muss der Sklavenhändler sein. Non dio! Pressura la mentis! Das Pferd könnte nützlich sein. Das Pferd könnte nützlich sein. Nichts, das Pferd könnte nützlich sein. Das Pferd könnte nützlich sein. Ich habe da oben. Das Pferd könnte nützlich sein. Das Pferd könnte nützlich sein. Nützlich sein. Und daweig. Wow. Geh jetzt. So. Und jetzt schnell wieder da weg, weil er ist wirklich gleich um die Ecke. Der Schatten des Nordens. Das können wir uns noch nicht leisten. So. Als nächstes könnten wir uns diese Ballade hier natürlich besorgen. Aber, ach ne, das war ja jetzt die Quest. Ui. Und wir haben auch dementsprechend jetzt was ein Ding bekommen. Die Quest hieß gerade uiuiui der Mörderschatten. Den wir hier sozusagen die wir geschafft haben. Und wir haben ein Reittier bekommen. Schauen wir doch mal welches. Wow. Den Hammer des Ptah. Der ist cool. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder.